Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich wollte mir gerade diesen Wagen hier stellen, der ziemlich nice aussieht. Okay, manchmal hat es noch ein paar Soundcracks irgendwie im Hintergrund. Aber ich glaube, das liegt auch manchmal am Spiel. Dann lass mal schauen. Gib dich zum Afterlife, ruft Judy an. Sprich mit Misty. Ghost Town Afterlife, geht gerade um die Ecke. Da ist eine Nebenmission. Wir könnten die Nebenmission machen und dann aus Afterlife. Und wir gehen jetzt ins Afterlife. Okay. Ja gut, geht los. Wir... Sorry. Sorry. Warum? Ich halte da mal kurz an. Shit, ich habe keine Probleme. Wir... ...errufen erst mal Judy an. Wie? Wie? Das ist du? Shit. Ich habe dich, du war... Come on. Du bist nicht alleine, in thinking mir, Dad. Ich habe mich gedacht, es war für mich. Ich habe mich auch gemacht. Things went as up, huh? Nicht as planned. Ich habe über die Heist, ich denke. Ich habe mich mit Evelin gesprochen. Ich habe mich mit Evelin gesprochen. Ich habe mich mit Evelin gesprochen. Ichieroiche von Evelin gesprochen. Ichiate mich mit Evelin sprechen. Ich weiß nachdem, es geht. Was heute sogar wusste ich an. Ich erzähle mich? Ich habe dich wieder. Euer Wander своих. Ich bin glaube ich mir da. Triff dich mit Judy. Okay, dann. Ups. Zeig mal kurz. Gut, dann machen wir das zuerst. Oder? Du wirst also die Frau finden, die uns diese Scheiß eingebrockt hat? Sie hatte einen Job für dich. Und du hast ja gesagt. Weil keiner da war, der dir diese saublöde Idee ausreden konnte. Ich bin zwar jetzt hier, aber was soll's. Diese Jungfrau in Nötenbullshit ist eine Sackgasse. Aber das hält dich natürlich nicht auf. Vielleicht schafft Evelyn es, wer weiss. Nur habe ich irgendwie das Gefühl, sie will gar nicht gefunden werden. Und hier steht, du wirst Helmand finden? Dann würde ich im Afterlife anfangen. Klar, der Schuppen hat sich über die Jahre ziemlich verändert. Aber eins bleibt immer gleich. Wenn du eine Frage im Kopf hast, die dich nicht loslässt, geh ins Afterlife, denn dort wartet immer irgendjemand, der die Antwort kennt, wenn der Preis stimmt. Und wenn dieser jemand auch noch rogue ist, kriegst du eine unvergessliche Begegnung obendrauf. Okay, wir gehen jetzt mal zu Judy und schauen, ob sie uns da helfen kann mit Evelyn. Denn ich glaube, das ist was ein bisschen wichtiger. Oder besser gesagt, es ist mir wichtiger. Denn sie hat uns in diese Scheisse reingebracht. Wenn wir ja schon gerade da sind. Hier gibt es auch noch eine Tarotkarte. Sorry, da musste ich gerade niesen. Einfach so aus dem Nix. Seltsames Tarotkarte, die Sonne. Die Sonne steht für den Erfolg. Sie ist die Karte der Freiheit, der Erneuerung und der verheissungsvollen Zukunft. Ausserdem steht sie für die Wahrheit, denn ihr Licht vertreibt die Schatten, die die Geheimnisse der Welt verbergen. Auch Grössenpracht werden durch die Sonne symbolisiert. Okay, nice. Haben wir schon zwei Stück? So, ich lasse mich ziemlich schnell mal ablenken, ich weiss. Aber ich versuche eigentlich mein Bestes. Shit. Das ist ein bisschen Grenzen zu halten. Okay, jetzt haben wir noch eine andere Ablenkung. Der Wagen ist ziemlich nice. Okay, jetzt haben wir noch eine andere Ablenkung. Ich frage mal kurz, gut. Ja gut, so kann man sich auch ablenken lassen. Im Ausversehen die Polizeirand. So, da werden wir wieder. Lazy Spa. Hey, haven't I seen you here before? Got a good memory for faces. Here for a good time. Looking for Evelyn Parker. Know where I might find her? Used to come around. Haven't seen her in a while, though. Hmm. Need to talk to Punch and Judy. She in her den. Okay, vielen Dank. Ma, what a sweet little face you had. Na. Feast your eyes on this, hmm? Yes, I'm surprised now. Can't we, baby? Do I look as fine as I feel right now? Come on, now? Don't be such a wet rag. See her after that again? Come on. See her after that again? Come on. Man, what a cool little face you have. Das sind wieder so easy. Get you something? Get you something? Get you something? We'll make you easy. Okay. Looking for Evelyn Parker. Haven't seen her around. And you've got no idea where she is. Not the slightest. No idea where she could be. A bartender. Not her secretary. Ah, yeah. Want to talk to Judy? Hmm. The question is, does she want to talk to me? Find out soon enough. Soon as we? Probably. I have time to read comics. I'm off the clock. It's a bit loud here drin. But good. So are the clubs now. I'm off. Judy's embarrassing herself again. Wonder why so even keeps her around. You're kidding. Her. Hey, where are you going? Nothing to see back here. Let it lie. Judy's friend. Yeah, danke. You're done with that, but bullying. Miss in money, Stanley. I'm going to bump and grind. Aber sonst gibt's hier, glaube ich, nix. Oh, das Lied wieder. Night City. Das Lied ist ziemlich nice. Dann mach ich auch um Judy hier jetzt. Stop telling every joy toy you meet to come here. The hell I'm supposed to do with them all? I don't. Must be our rep. Girls need help. They come here. Last time I checked, we weren't running a shelter. So concerned about strays? Go take care of your guests. Suze, we're not done here. Oh, yeah. We fucking are. Okay. You just don't give up, do you? Got nothing more to say to each other. Thought I made that clear. But was I just too subtle for you? What was that all about? Everyone in this city lives in their own goddamn bubble. And either you fly high or sink into quicksand. Suze seems to know what she wants. Is she your boss? You come all this way just to play who's who at the mocks? No, yeah. Listen, have you seen Evelyn? Need to talk to her. It's important. Why? So you can make her your scapegoat for your trainwreck of a heist. Your TV? That's right, come on. Now go and see how many blue screens. Need to find out who she was working for. How many of us? That's it? That's it. Judy, you don't need to worry. I won't lay a hand on her. Wouldn't make sense. Fine. Fine. All right. Evelyn's a doll. Used to work at Clouds. Sig case on my table's got the address. Take it. And once you find Evelyn, give it to her. I'll get it. Thank you. Megatower. Clouds. Luxurious. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Traffic stop. Stop. Wo jetzt heißt der Mötter auf der Spur? Okay. Sonst noch was zu erzählen? Nicht? Wait. Um. Just let me know how she's doing. Okay. Give you a call. Okay. Thanks. Klaro. Thank you, V. Für dich doch alles, Judy. Nachdem ich dich hier bestohlen habe. Oder habe ich schon alles mitgenommen? Ich glaube, ich habe schon alles mitgenommen. Oh, Lizzie. Neue Seite erhalten. Lissi. Schießt bei voller Ladung eine Salve. Was? Tech-Pistole. Auch wieder eine Tech-Waffe. Müssten mal schauen, ob wir irgendwo so ein Implantat herkriegen für Tech-Waffen. Was ich dir gerne mal ausprobieren möchte. Bis später. A doll. Why am I not surprised? You're an engram and a fading mind. Nothing should surprise you anymore. So we're gonna hit this place, Clouds? Why the hell not? See here, can you die hin? Think I just woke up one day looking like this? This is real life. Oh Mann Ich wundere mich, ob wir die andere finden können Mit der Julie hier vor ihnen Dieses Gespräch hatte Aber wahrscheinlich nicht Sorry, und nicht reinplatzen Oh, ich fühle mich trotzdem wie Scheiße Ich habe nicht den Tanzflug, wie ich es war In dem Tag, hätten wir diesen Stamm zu Stück Sieht zumindest niemandem, der ähnlich aussieht Du bist für dich selbst Und das ist nicht das, was ich meine Ich habe nur gesagt, Zeiten haben sich verändert Ich habe nur die Tearclubs abgedrückt Und jetzt ist es gut zu können Da wieder auf Da ist das Kreml-Nü-Place, wo wir da gestern waren Drogen Ach du Scheiße Die sind ja richtig auf Drogen Nox Ich speichere mal kurz Der DJ Oder die DJ Nee, die finde ich wahrscheinlich nicht Sieht zumindest nicht selbst Schade Hätte mich interessiert, was sie zu sagen hätte Genau Bisschen anderes Mal dann Ah, da ist nochmal Mr.Hands Hallo, der Name ist Hans, Mr.Hands Wenn du mich anrufst, reden wir nur über das Geschäft Ich mache keinen Smalltalk Ich wollte doch sagen Wir haben sowieso irgendwie neue Nachrichten Mua Mar El Capitan Reyes Meine Kunden müssen nicht gegen die Reifen treten oder unter die Motorhaube schauen Weil sie wissen, dass Mua Mar El Capitan Reyes das schon für sie gemacht hat Und um dir das Leben noch weiter zu vereinfachen Habe ich jetzt auch noch die Autofixer-Seite ins Net gestellt Einfach anklicken, Bilder angucken und dein Auto aussuchen Wenn du dich entscheiden kannst Und sobald deine Edis bei mir angekommen sind, kannst du Gas geben Zwei Regeln Ich lege nichts für dich zurück und es gibt keine Ratenzahlung Ich finde ja, Autos sind wie Unterwäsche Klar, es bringt dich nicht um sie nicht jeden Tag zu wechseln Aber es wäre schon echt besser für alle Beteiligten Ich habe ein paar neue Angebote auf meiner Seite Also Flitzer, nicht Ritzenschmeichler Hol dir auf Autofixer ein anderes Modell für jeden Wochentag Ja, ja, ich weiss Die Inflation geht hoch Die Juha 2 Preise auch Alles wird immer nur schlimmer Bla, bla, bla Aber genau deshalb ist es doch so wichtig Sich auch mal was zu gönnen wie Wenn nicht, jetzt, wann dann? Komm schon Dann schau endlich mal auf Autofixer vorbei Du bist echt ein Naturschalen beim Verkaufen, Captain Ich habe geradezu viel Geschäft Ich will dich um die Ohren auch für Ich will doch bloß das Beste für dich wie Und Autofixer hat all die besten Wagen in ganzen Night City Okay, werde ich mir mal anschauen Evan Parker Wir müssen reden, das ist wichtig Übermittlung der Nachrichten nicht möglich Der Empfänger ist möglicherweise im Moment nicht erreichbar Apartment hat Rauchen zum Vermieten Wie, ich habe gehört Du machst dir einen Namen da draussen Aber dir fehlt noch eine neue Bude, oder? Mein Kumpel bei Easy Estates Hat ein paar schicke Wohnungen zu vermieten Und die können auch deine aktuelle Bleibe Für dich renovieren Wirf einen Blick auf die Netpage oder schau persönlich vorbei Bevor irgendein Gong dir das Apartment Deine Träume vor der Nase wegschnappt Ich glaube das hier wird dir echt gefallen Sieht schon ziemlich nice aus Danke, das gucke ich mir mal an Richtige Entscheidung wie Du wirst den ganzen Kram lieben Den ich immer an der Boot habe Waffen, Autos, Apartments Meine Leute bekommen bloß das Beste Vielen Dank Ich wollte mal schon Ob wir eben telefonisch reichen können Okay, sieht nicht so aus Der Magier Der Magier steht für Selbstvertrauen und die Anpassung an verschiedene Situationen Durch Intellekt und Willenskraft Der Magier ist ein Intrigant Der immer noch einen letzten Trick parat hat Und der trotz aller Wichtigkeit zurecht kommt Und die Kontrolle über sein eigenes Schicksal behält Ich kann ehrlich gesagt mit diesen ganzen Tarot Karten nicht viel anfangen Aber deshalb gehen wir wahrscheinlich eben mal zu Wie hieß sie nochmal? Sorry Misty genau Sprich mit Misty Vielleicht kannst du bei diesen abgefahrenen Bildern ja wirklich deinen Augen trauen Vielleicht hat der Biochip dein Hirn auch schon ins Kopf verwandelt Naja, in jedem Fall solltest du diese Symbole auf den Grund gehören Die tauchen echt an den selbstsamsten Ohren auf Wenn ich du wäre, würde ich mich mal mit dem Victor oder dieser Chakra Tante darüber unterhalten Wenigstens einen von beiden dürfte das interessieren Mission verfolgen Und dann würde ich auch noch kurz mal leveln Nachrichtensperre ein Treffen gegen einen Gegner, der dich gerade entdeckt hat Verzöger die Entdeckung durch andere Gegner in der Nähe Hört sich interessant und gut an Wir haben ja 90.000 Eddies Eigentlich könnte ich mal ein Auto kaufen Oder ein anderes Apartment anschauen Obwohl wir ja erst gerade wirklich ins Spiel hinein starten Falsch abzeige Ähm Ähm Sind wir da? Ne sind wir nicht Komisch dass sie mir da nicht mehr angezeigt hat Und hier waren immer diese Schüsse Und hier waren wir doch hier Ein guter Parkplätze sind In der Nähe City ein bisschen mangelbare Sollte hoffentlich gehen Eine Kiste Na Misty Alles gut Ja 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 Was hast du gesehen war ein Zeichen von einem höheren Macht. Was jetzt? Major Arcanum? Tarot, Archetype, Wissen in Symbolik, eine Stage in deinem Leben. Fahre. Insofern, du sagst, irgendwelche Macht höheren, sprich zu mir durch Tarot? Oder Silverhand. Oder du beide, als du eine Harmonie aus dem Moment formierst. Ja, genau. Es wird ein bisschen leichter wenn die Macht höheren lernen, dass sie direkt ist. Na, der Welt ist eine Mase von allusionen. Es ist nicht leicht für die Licht, in die Präsen des Existenz des Existenz. Genau, gut. Also, was ich mit ein Zeichen, ich kann nicht verstehen, von ein Macht, ich nicht wissen? Ich würde beginnen, mit mehreren. Tarot beschreiben eine Straße. Also, geht es. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem, was ich herausfinden soll. Schau mal mehr Bilder. Sie müssen sich eine Verbindung mit dem Ort, wo du sie findest. Schau mal, was du siehst. Sie fragen mich? Sie wurden geholfen, um dich zu finden, die Wahrheit zu finden. Oh, finden die Wahrheit ist ziemlich weit auf meine Liste. Eine schwierige Zeit kommt, wenn du wählst, welchen Weg zu gehen. Dann verstehst du. Ich weiß nicht. Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Ich helfe dir, was du gesehen hast. Okay, vielen Dank. Ich glaube ihr ein bisschen, was sie erzählt. Ich meine, die Tarot-Karten waren schliesslich, also die Bilder, waren schliesslich an Orten, an denen wir sowieso vorbeikommen, oder gekommen wären. Aber ich spreche auch noch kurz mit Victor und höre mir an, was er zu sagen hat. Hey, Luke. Got a few questions about Silverhand and his chip. I'm no expert, but fire away, see what I can do. How is it even possible, seeing him? Well, that biochip is designed for users to communicate with constructs. He's just doing his job. So I got Arasaka to thank. You know, I wager you have the lowest net worth of any relic owner out there. Naya. Tried to flatline me. Johnny did. What? What can I do to suppress him? You know, avoid my murder? Well, as long as you don't give him control, can't do too much harm. Of course, that won't necessarily be possible after some time. And what then? What do you say we don't let things get that far? Find a way to get rid of Silverhand and fast. What do I try? What do I try? in this town? Like, murals or something. But no, they're not real. Ah, just a Kuroshi blip. Could take a look. No. No, images are too complex for a blip. It's like they're symbols. That case is the biochip. The brain can't handle the data overload. Either that, or it's reached the cortex. Can you do anything? Nope. Better find a way to get rid of that ship. Ah, thank you for the tip. Can I talk with you? I would like to look at the plants. Hello, Vic. I just noticed, is this thing here not from Portal 2 or 1? It looks a bit like that. Why can't I talk with him? Left jab, box response. Spät ran. Sorry, Küsschen. You're dead. We forget nothing. You're so good as dead. You're dead. From here I've only seen I've never seen I've ever seen I've never seen than a Heute Schluss. Auch wieder nicht allzu viel erledigt. Leider sehr viele Gespräche. Tut mir leid dafür. Aber ich würde sagen, nächstes Mal geht es ein bisschen weiter. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Main issues sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.